Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkroko. Heute geht es um meine Aktienkäufe aus den letzten Wochen. Ja, endlich habe ich wieder welche getätigt. Ich war ja in den letzten Monaten doch sehr zurückhaltend. Aber jetzt in den letzten Wochen habe ich mein Depot etwas aufgestockt oder auch bzw. etwas abgeändert. Aber dazu gibt es im nächsten Video mehr zu. So, heute geht es wie gesagt nur um die Aktienkäufe der letzten Wochen. Wir sehen schon vier Unternehmen, die ich gekauft habe. Eins davon ist neunste Purgecom. Die anderen drei habe ich dazu gekauft, also Nachkäufe. Ja, heute nicht Dividenden. Also man sieht auf meinem T-Shirt Dividendenjäger. Leider sind diese vier Unternehmen nichts eigentlich mit Dividenden zu tun, sondern sind eher Wachstumswerte. Aber ich habe AT&T auf meiner Watchlist ganz weit oben für den November. So, und da würde es natürlich extrem gut passen, weil AT&T hat ja eine Dividendenrendite von über 7%. So, aber das auch wieder im nächsten Video mal was dazu. Heute schauen wir uns mal meine Käufe aus den letzten Wochen an. So, beginnen wir mit dem ersten Kauf. Ein Wert, den ich bereits seit 2017 im Depot habe. Das ist Tencent aus China. Ja, in dem Bereich Games ganz weit vorne. Aber auch WeChat und sowas im Petto, da haben die. Ja, Kaufkurs habe ich jetzt in den letzten Tagen 67 Euro dafür bezahlt. Im Durchschnitt jetzt habe ich etwa 52 Euro. Vorher, vor dem Kauf, war ich noch ein bisschen besser. Da lag ich bei, ich glaube, 45 Euro oder so. Hat eine Performance von, ich weiß gar nicht, 70, 80%. Jetzt ist es natürlich durch den Nachkauf, weil ich einfach höher oder mehr dafür bezahlt habe. Weil ich einfach dennoch sehr, sehr gute Chancen bei Tencent sehe. Und immer noch einen fairen Wert dieser Kurs. Deswegen habe ich da einfach jetzt mal nachgelegt und habe meine Depotgewichtung enorm erweitert auf 3,5% Gewichtung. Bedeutet, Tencent ist jetzt in meinen Top 10, sogar, glaube ich, Platz 5 oder 6 mittlerweile Tencent. So, also eine meiner größten Positionen mittlerweile Tencent. Dann der nächste Wert aus China. Das ist Alibaba. Den Wert habe ich ja noch nicht so lange im Depot, aber auch nur eine ganz kleine Position gehabt. Habe jetzt in den letzten Tagen hier enorm nachgelegt. Hier habe ich bezahlt, das letzte Preis war 250 bzw. 264 Euro. Ich habe zweimal nachgekauft. Ich habe jetzt den größeren Wert genommen, 264 als Kaufkurs. Aber ich habe auch vor ein paar Tagen noch 250 dafür bezahlt. So, im Durchschnitt habe ich hier einen Kaufkurs von 238 Euro. Wie gesagt, ich habe diesen Wert noch nicht so lange. Demnach die Performance nur bei etwa 5%. Vor dem Kauf lage ich da doch schon deutlich höher. Ich glaube, bei 20 oder 25%. So, Depotgewichtung direkt gleich auf 3,8%, weil ich hier einen sehr großen Kauf getätigt habe. Und ja, Alibaba-Sprung ist dann direkt auf Platz 4 oder Platz 5 von mir gerutscht in mein langes Depot von der größten Position. So, also zwei China-Werte, die jetzt bei mir in den Top 10 vertreten sind. Dann kommen wir zu den Südkoreanern. Habe ich auch zugelegt. Ein Unternehmen aus, ja, ist doch ein Unternehmen von Samsung. Das ist Samsung, die beschäftigen sich hauptsächlich halt mit Bakterien. Und ja, hier sehe ich einfach halt, ja, Tesla, VW, BMW, Toyota, wie auch immer. Die werden halt die Batterien liefern für E-Autos. Und zudem ist Samsung auch Marktführer für E-Bikes. Da liefern sie auch extrem viel Batterien für diese E-Bikes. So, also Samsung SE ist quasi so ein typischer Schaufelverkäufer. Im Grunde ist es quasi egal, wer bei den E-Autos quasi oben stehen wird oder die Nase vorne haben wird. Samsung SE wird davon profitieren, weil sie einfach die Schaufel, quasi die Batterien, an die Goldgräber, an die Autohersteller verkaufen. So, deswegen Samsung SE habe ich aufgestockt für 86 Euro. Im Schnitt habe ich jetzt 78 Euro bezahlt und die Progewichtung aufgestockt auf 1,3%. So, dann ein Neukauf habe ich jetzt getätigt und zwar Qualys. Qualys habe ich auch, glaube ich, schon vor einigen Wochen vorgestellt. Auch bei Instagram habe ich mal den einen oder anderen Post dazu gemacht. Ist aus dem Bereich Cybersecurity. Ich habe zwar auch Cisco Systems bei mir drin, aber Cisco Systems hat ungefähr von ihrem Umsatz, sagen wir mal, 7%, wo sie halt bei der Cybersecurity halt verdienen. Qualys ist da viel, viel stärker aufgestellt. Die sind halt fokussierter auf Cybersecurity. Die sind halt, ja, ein etwas kleines Unternehmen, aber wie gesagt, direkt bei Cybersecurity mit dabei. So, das ist ein neuer Wert bei mir im Depot. Kaufkurs 87,28 Euro. Wie gesagt, Durchschnitt ist ja das gleiche. Depotgewichtung jetzt angefangen mit einer kleinen Position quasi mit 0,5% ist mein 61. Wert im Depot. So, jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Unternehmen Käufe direkt an. Wie auch was vorbereitet? So, Tencent habe ich immer schon gesehen. Hier die letzten Käufe. Ich habe im 2017 mit Tencent angefangen zu kaufen. Damals für 42 Euro bezahlt. Mit diesen Anteilen, die ich hier gekauft habe, wäre ich jetzt 56% plus. Dann habe ich am 25.10.2018, also ein Jahr später quasi, für 30 Euro mir einige Anteile ergattern können. Das war mein bester Kauf. Mit diesem, ja, Paket bin ich jetzt 113% plus. Dann habe ich halbes Jahr später, 2000, nee, sogar eineinhalb Jahre später, sogar sind das, am 16.03. Also da, wo die Kurse nach unten gegangen sind, im März, wissen wir alle, Corona Crash. Im März, da habe ich für 38 Euro auch noch einige Anteile kaufen können. Dort habe ich auch direkt für meine Kinder auch welche gekauft. Und mit diesem Paket werde ich jetzt 73% plus. Und dann nochmal in April quasi den Aufschwung nach oben auch noch mitgenommen bei Tencent. Da habe ich gesehen, okay, das wird nach oben gehen. Da habe ich nochmal aufgestockt. Diese Käufe hatte ich bei Twitter Public gemacht, also am 28.04. Habe sie mir dann in mein Langfristdepot umbuchen lassen. Mit diesem Paket werde ich jetzt 33% plus. Und jetzt, wie gesagt, vor einigen Tagen, Wochen, habe ich den letzten Kauf. Man sieht auch den teuersten Kauf für 67 Euro. Habe ich nochmal ordentlich aufgestockt, weil ich einfach sehe, Tencent hat einfach sehr viel Potenzial. Und ich möchte einfach in China etwas mehr investiert sein. Und da kommt einfach nur für mich Tencent und Alibaba in Frage. Deswegen Tencent nochmal ordentlich aufgestockt für 67 Euro. Demnach habe ich etwas meine Performance natürlich reduziert. Leider, wie gesagt, ich wäre wahrscheinlich so 80, 90% plus. Habe jetzt nur noch eine Performance von 55%, aber eine demnach höhere Gewichtung jetzt im Depot, womit ich auch wieder zufrieden bin. So, das war zu Tencent. Jetzt kommen wir zu Alibaba. Und Alibaba hatte ich gesagt, habe ich etwas später angefangen. Auch nur eine ganz kleine Tranche damals gekauft. Man sieht noch für 146 Euro in der heutigen Sicht ein Schnapper gewesen. Ich bin damals kurz vor meinem Geburtstag am 14.08.2019 angefangen. Habe ich mir eine kleine Tranche gekauft, wirklich nur eine kleine. Dann erst wieder im April, da wo ich auch Tencent mir gekauft habe, habe ich mir auch nochmal eine kleine Tranche von Alibaba gegönnt. Und für 195 Euro. Mit diesem Paket werde ich jetzt 26% plus. Und dann jetzt im Oktober nochmal aufgestockt. Wie man sieht, öfters mal für 261 Euro habe ich gekauft. Dann für 264 Euro. Und dann nochmal für 250 Euro habe ich mal gekauft. Ja, und mit den drei Käufen bin ich leider noch ein bisschen minus. Meine ganze Performance zusammengefasst wären dann nur noch 5%. Obwohl ich vorher, wie gesagt, vor dem Oktober käufe, lag ich da wirklich schon bei 40% oder sowas. Aber ich habe jetzt nochmal nachgekauft und ordentlich nachgekauft. Habe meine Depotgewichtung fast auf 4% gebracht. Also meine vierte, fünfte größte Position. Größer als Amazon mittlerweile, glaube ich sogar. Ganz knapp. Und ja, bin ich auch wieder zufrieden. Also mit Tencent und Alibaba. Zwei China-Werte in meinem Top 10. So, dann ein Kauf, den ich auf jeden Fall schon seit Monaten plane. Das ist Samsung SDI. Ich habe es am 3.6. erst gekauft. Hatte ich vorher auf der Watches auch schon lange, lange gehabt. Habe leider nicht im März und nicht im April auch nicht gekauft. Habe es aber dann erst am 3.6. mir eine Tranche ins Depot gelegt. Mit einer Gewichtung von, weiß ich gar nicht so genau, ich glaube 0,7% oder 0,6%. Und habe sie jetzt nochmal vor einigen Wochen, Tagen, weiß gar nicht so, das war glaube ich Ende Oktober sogar. Oder sogar, ja direkt am Ende Oktober glaube ich war das. Donnerstag oder Freitag wahrscheinlich sogar. Habe ich mir für 86 Euro nochmal das gleiche gekauft, die ich schon im Depot hatte, die Anzahl. Und habe sie quasi verdoppelt. Und jetzt eine Depotgewichtung von 1,3%. Immer noch für mich persönlich zu wenig. Hier würde ich doch ganz, ganz gerne auf 2% anheben das Ganze. Aber für mich ist der Preis 86 Euro doch schon sehr ordentlich. Und ich warte vielleicht nach den Wahlen. Haben wir heute Ergebnisse. Mal sehen wie lange es dauern wird. Ob es jetzt direkt heute schon Ergebnisse feststehen. Oder ob sich das Ganze auf mehrere Tage, Wochen ziehen wird. Und wie sich da an dem Markt verhält. Und gegebenenfalls wenn er weiter runter gehen sollte. Ich habe etwas Cash auf der Kante. Und werde mir dann Samsung SDI wahrscheinlich auf eine Depotgewichtung von 2% bringen. So, für den Preis für 70 Euro, 75 Euro wäre ich auf jeden Fall bereit dafür zu bezahlen. So, aber wie gesagt. Ich habe jetzt erstmal für 86 Euro auch nochmal nachgekauft. Weil ich einfach das Unternehmen etwas höher gewichten wollte. Und ich davon überzeugt bin. Weil wir hier einfach einen quasi einen Schaufelverkäufer aus Korea, Südkorea haben. Tochterunternehmer, Tochterunternehmen von Samsung. Samsung SDI. Tolles Unternehmen. Ist auf jeden Fall in meinem Depot jetzt. So, und Qualis habe ich jetzt nicht hier drauf. Weil Qualis war ja ein Erstkauf. Und da sind ja die Daten hier direkt hier. Auch direkt angefangen mit 0,5%. Genauso wie damals mit Samsung SDI etwa 0,5, 0,7. So beginne ich meistens. Und danach versuche ich hier halt weiter aufzustocken. Falls der Preis nach unten geht. Und wenn natürlich, ich sehe einen Trend nach oben. Dann springe ich da auch weiterhin drauf auf. So, das war es für meine Aktienkäufe für Oktober. Ende Oktober eher gesagt 2020. Und im nächsten Video zeige ich euch mein aktuelles Depot. Ich habe da einiges umgedreht quasi sagen. Also ich hatte ja vorher über 100, vielleicht auch sogar 120, müsste es glaube ich gewesen sein. Einzelne Aktien im Depot. Mittlerweile habe ich jetzt mit Qualis wieder neu dabei. 61 habe ich jetzt ganz genau. Wie man sieht, ich habe es fast um die Hälfte reduziert. Das Ganze habe ich natürlich nicht von heute auf morgen gemacht. Sondern separat in den letzten Monaten ab und an. Immer was verkauft. Und etwas Neues aufgestockt. Und da sind halt die letzten Käufe von mir gewesen. Aber wie gesagt, ich habe mein Depot ein wenig überarbeitet. Womit ich jetzt viel, viel zufriedener bin. Etwas weniger auf 60 reduziert von knapp 120. Eigentlich habe ich quasi die ganz kleinen Unternehmen, also die vielleicht mit 0,2,3% gewichtet sind, alle rausgeschmissen. Aber wie gesagt, dazu halt im nächsten Video mehr. Heute ging es wirklich nur um die Aktienkäufe. So, und jetzt will ich einfach von dir wissen, was sagst du zu meinen vier Aktienkäufe, quasi zu meinen drei Nachkäufen, Tencent, Alibaba und Samsung SDI. Und Qualis aus den USA. Man sieht zwei chinesische Aktien, ein südkoreanisches und ein amerikanisches Unternehmen. Ich habe Amerika natürlich mit mir ganz hoch gewichtet, über 60%. Und deswegen brauchte ich auch einige Unternehmen aus anderen Ländern. Und wie gesagt, deswegen ganz, ganz tolle Unternehmen aus China, Tencent, Alibaba. Für mich persönlich, meine persönliche Meinung. Jetzt würde ich mich einfach interessieren, was du dazu sagst. Hast du welche nachgekauft? Was sagst du zu diesen Unternehmen? Einfach mal in die Kommentare rein. Dann können wir darüber diskutieren. Würde mich riesig freuen. Und falls dir das Video gefallen hat, bitte Daumen hoch. Das hilft mir natürlich, im Algorithmus von YouTube etwas höher gewichtet zu werden. Und falls du noch nicht abonniert hast, natürlich einfach mal ein Abo dalassen, falls du solche Videos nicht verpassen möchtest. Ansonsten kannst du natürlich auch weiterhin meine Beiträge bei Instagram verfolgen, Finanzkoku, auch kein Problem. So, ich denke mal, genug gequatscht. Und ich hoffe, wie gesagt, es hat dir gefallen. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö. 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 Tschö.